So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich hab's mir schon gedacht, alle warten auf die News für den Juli, wann der Eventkalender rauskommt mit Raidbossen, mit Feldforschungsdurchbrüchen, Rampenlichtstunden, Raidstunden, sonst was, allem hin und her. Mein Tipp war, Montag 19 Uhr gibt es News und es ist jetzt Montag 19 Uhr und der Community Day wird angekündigt. Community Day im Juli 2022, Stara Lily, hmm, da freut man sich da jetzt, freut man sich da nicht. Ich find's eigentlich erstmal cool, weil es gab es bisher noch nicht als Shiny, es ist also endlich mal ein Community Day, der dazu da ist, ein Pokémon wieder als Shiny ins Spiel einzuführen. Finde ich sehr gut, gibt dann also wieder drei für die Familie und Staraptor ist, glaube ich, sogar eigentlich ein richtig gutes Pokémon, ein starkes Pokémon vom Flugtyp. Hat uns auf jeden Fall einiges zu bieten, also so, so schlecht ist er gar nicht. Außerdem alles, was Vögel hat, äh, was Vögel sind und Flügel hat, ist auf jeden Fall beliebt. Kann natürlich sein, dass ich in der Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, plötzlich doch der ganze Eventkalender für Juli veröffentlicht wird, weil sie wieder alles auf einmal reinklatschen, das weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt erstmal beim Community Day im Juli, Stara Lily. Wie findet ihr, Stara Lily? Meine Meinung habe ich gerade gesagt, der Community Day ist am Sonntag, dem 17. Juli, das ist genau ein Tag nach meinem Geburtstag, wieder von 11 bis 14 Uhr, also die normale Zeit, die er ja eigentlich immer hatte. 11 bis 14 Uhr an einem Sonntag. Das Besondere wird sein, dass, ja, dann Hannes da ist, weil ich am 14. nach München fahre, am 15. Konzert ist, am 16. wird zurückgehen, weil mein Geburtstag ist und am 17. ist Community Day, also den müsste ich theoretisch zusammen mit Hannes spielen können. Ich weiß nicht, ob man dann hier sitzt und drei Stunden streamt, oder ob ich mit Hannes, weil ich ja dann jemanden habe, drei Stunden durch die Stadt laufe und wir ein Video drehen oder irgendwas hin und her. Das wäre auf jeden Fall auch eine feine Sache. Also Hannes, wenn du Bock hast und wieder mal richtig zocken möchtest, wir können auch gerne drei Stunden durch die Stadt laufen und da unseren Spaß haben. Pokémon des Tages, Stara Lily, mit Glück auch schillernd exklusive Attacke für Staraptor Windstoß. Es entwickelt Stara Via, also dieses Süßungsmittel, die Weiterentwicklung von Stara Lily während des Events oder bis zu fünf Stunden danach, damit euer Staraptor diese Vordertage Windstoß erlernt. Windstoß, Trainerkämpfe 16 Schaden, Arena Kämpfe und Raidkämpfe 25 Schaden. Es wird natürlich wieder eine Spezialforschung geben. Danke jetzt schon mal an Julchen, die mir für den Capuno Sea Day das Spezialforschungsticket gekauft hat und geschenkt hat. Es gibt ja jetzt diese Funktion. Ihr habt also wieder die Möglichkeit, wer da Bock drauf hat, sobald es Tickets für den Community Day gibt, eure Freunde zu beschenken oder mich zu beschenken. Ihr müsst das nicht. Wenn es mir keiner kauft, kaufe ich es mir selber. Ich habe mir bisher immer jedes Ticket gekauft für die Community Days. Aber manche wollen das einfach machen. Wenn ich das sehe, wenn ich das mitkriege, versuche ich das dann auch natürlich abzuscreenen. Das wird dann immer bei Raid am Mittwoch auch mit reingepackt, wenn ich weiß, von wem das ist. Also bei Raid am Mittwoch wird derjenige gegürt, der es schafft, mir ein Ticket zu kaufen. Müsst ihr aber nicht. Den einen Euro habe ich auch noch selber. Also, es wird wieder eine Spezialforschung geben. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Denkt dran, dass ihr auch ein Ticket für die Spezialforschung an Freunde verschicken könnt. Tippt hierfür auf, ja, ja, Geschenk statt kaufen. Also das geht ja auch sogar noch während des Community Days, selbst wenn der schon läuft. Wurde sich letztens auch drüber gestritten. Interessant sind natürlich noch die Event-Boni. Es wird dreifache Fang-EP geben. Für Leute, die noch ein bisschen leveln wollen, ist das sicherlich interessant. Doppelte Fang-Bomb-Boms, dass ihr einfach mehr brutal entwickeln könnt. Rauch hält auch wieder drei Stunden an. Während des Events und bis zu fünf Stunden danach könnt ihr einen zusätzlichen Tausch durchführen. Also maximal drei an dem Tag. Während dieser Jahreszeit, während der Go-Season, kann man ja zwei pro Tag machen. Ich hoffe, die nutzt ihr auch die ganze Zeit. Beim letzten Sea-Day war es schon so, dass man dann einen zusätzlichen hatte. Also drei. Im Juli ist es dann auch wieder so, dass ihr auch wieder drei machen könnt. Ihr habt die doppelte Chance auf XL-Bomb-Boms beim Fangen von Staralili. Während des Events aktivierte Lock-Module halten drei Stunden lang. Also Rauch- und Lock-Module, alles drei Stunden. Doppelte Bon-Boms, dreifache EB. Doppelte Chance auf XL. Schnappschüsse sind wieder am Start, die ich ja fast immer vergesse. Und jeder Tausch während des Events um bis zu fünf Stunden danach kostet 50% weniger Stau. Wenn ihr als irgendeinen Freund habt, der euch schon lange irgendwas Großes, Fettes traden wollte, was ihr gar nicht habt und auch nicht warten wollt, nutzt das da. Für eine Million müsst ihr nur 500.000 ausgeben. Stellt euch das mal vor. Der Spezialtausch-Bonus ist am Sonntag, den 17. Juli von 11 bis 19 Uhr aktiv. Dieser Bonus wird zum zusätzlichen Spezialtausch in der Go-Jahreszeit addiert. Bis 19 Uhr, das passt. Also bis 14 Uhr ist das Ding um und dann noch fünf Stunden danach. Also wenn immer die Leute wissen wollen, bis wann kann man das noch tauschen, bis wann kann man das, äh, kann man noch entwickeln. Fünf Stunden danach, mittlerweile. Boni für Gruppen. Was viele genervt hat beim letzten Mal, war es natürlich, dass man dann Duo-Dino raiden konnte. Und dann, äh, überall nochmal Kapunus rumgesessen haben, aber schon während des Seed Days überall Duo-Dinos gesessen haben, wenn man genügend gefangen hat und Duo-Dino nicht Shiny sein konnte, dadurch man weniger Chance hatte auf, äh, Kapuno-Shinies, weil die Duo-Dinos einfach alles dann blockiert haben auf einmal. Das war also für manche ein bisschen nervig, aber man konnte dadurch natürlich besser Bonbons sammeln und XL erhalten, weil das ja natürlich mehr abgeworfen hat auch. Wie ist es jetzt hier? Wenn bei einem Pokestop mit Log-Modul genügend Pokémon gefangen werden, werden die dreifachen Fang-EP verdrehen an der Nähe des Stops für 30 Minuten auf vierfache Fang-EP erhöht. Also, es spawnen dann keine Weiterentwicklungen, sondern diesmal geht es wieder darum, dass die IP, die Fang-EP erhöht werden. Das hatten wir ja auch schon mal. Das dürfte jetzt nicht so viele Leute stören, wie wenn die Spawns sich plötzlich ändern, denn erst hat man sich über die Spawns gefreut, wie gesagt, dann, äh, waren die Spawns trotzdem ein bisschen ärgerlich. Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community-Day? Okay, schon wieder, kann ich nicht verstehen. Also, sie halten an der einen Sache fest, die anderen ändern sie doch wieder ab. Der Spaß ist nach dem dreistündigen Event noch nicht vorbei. Im Anschluss könnt ihr euch besonderen Raid-Kämpfen der Stufe 4 stellen. Da habe ich gehört von Leuten, die das zu zweit gemacht haben und nicht geschafft haben. Pass weg, alles, keine Boni, nix. Wenn ihr siegreich aus einem Kampf hervorgeht, erscheinen im Umkreis der Arena 30 Minuten lang weitere wilde Starralili. Okay, meiner Meinung nach sind drei Stunden C-Day eigentlich ausreichend. Wer auf dem Dorf wohnt und kaum C-Day zocken kann, der wird wahrscheinlich auch diesen Vierer-Raid-Boss dann gar nicht bezwingen können oder hat niemanden, mit dem er zusammen den besiegen kann. Ihr könnt auch niemanden dazu einladen. Man kann nicht über einen Fan-Raid-Pass rein. Die sind mega schwer wahrscheinlich. Also, ich weiß immer noch nicht, wer von euch hat Duodino-Raids gemacht nach dem Capuno-Community-Day? Ich nicht, würde ich auch keinem empfehlen, aber es haben Leute sowas wirklich gemacht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn ihr das gemacht habt, warum habt ihr das gemacht? Hier also dann auch wieder. Starravia erscheint in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Für diese Raid-Kämpfe könnt ihr nur Raid-Pässe und Premium-Kampf-Pässe einsetzen. Fern-Raid-Pässe können nicht verwendet werden. Bonus für den Sieg in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Wenn ihr Starravia in einem Raid-Kampf besiegt, erscheinen wilde Starralili 30 Minuten lang in 300 Meter Radius um die Arena herum. Mit Glück begegnet ihr einem schillernden Exemplar. Sticker wird es auch wieder geben. Sticker sind jetzt hier aber gar nicht angezeichnet. Also, ich finde es eigentlich gut, dass gefühlt alle Boni, die es so immer mal gibt, jetzt zusammen in einen Siedel gesteckt werden. Also, 3 Stunden Module, 3 Stunden Rauch, weniger Tauschkosten, mehr Spezial-Trades, doppelte Bonbons gleich mit rein, doppelte Chance auf XL. Früher musste man sich immer entscheiden. Entweder gab es doppelte Bonbons oder es gab doppelte Erfahrungspunkte oder es gab mal doppelten Staub. Jetzt habt ihr so gut wie immer eigentlich 2, 3 Boni gleichzeitig. Finde ich eigentlich ganz nett. Kennen andere Spieler, neuere Spieler gar nicht, dass da früher so gut wie nichts da war. Es gab einen Bonus und es gab eine Attacke und das war's. Und jetzt habt ihr eine Attacke und habt 10 verschiedene Boni. Wie gesagt, das Pokémon finde ich cool. Ist meiner Meinung nach trotzdem irgendwie nützlich, glaube ich. Muss ich mir nochmal belesen. Und es ist auf jeden Fall ein neues Shiny. 3 neue Shinies, 3 für die Familie. Hannes ist da. Also ich freue mich auf den nächsten C-Day am 17. Juli. Habt ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.